Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Herzlich willkommen bei Das bringt der Tag, dem Nachrichten-Podcast von Welt. Es ist Freitag, der 13. September. Ich heiße Imkar Abiga und wünsche Ihnen einen guten Morgen. Heute werfen wir einen Blick auf die neuesten Entwicklungen in der Ukraine. Die wichtigsten Unterstützer beraten erneut über eine Freigabe für das Land, weitreichende westliche Waffen gegen Russland anwenden zu dürfen. Ich spreche dazu gleich mit unserem Welt-Russland-Korrespondent und frage ihn, was die Freigabe denn für das weitere Kriegsgeschehen bedeuten würde. Direkt hier im Anschluss an die Kurzmeldungen vom Morgen. Ich bin Philipp Nützig. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. CDU-Chef Friedrich Merz hat sich jetzt doch offen für weitere Gespräche zu schärferen Asylregeln gezeigt. Gegenüber den Funke-Zeitung verwies er auf ein Angebot von FDP-Chef Lindner, sich nur mit der Ampelspitze zusammenzusetzen. Außerdem schlug er beim Streitthema Zurückweisung einen zeitlich begrenzten Testbetrieb vor. Damit könne sich die Ampel von der Effektivität der Maßnahme überzeugen. Bundesinnenministerin Faeser hatte pauschale Abweisung wegen rechtlicher Bedenken abgelehnt. Österreich, Tschechien und Polen bereiten sich auf heftige Überschwemmungen vor. Teilweise soll es am Wochenende in den deutschen Nachbarländern bis zu 400 Liter pro Quadratmeter regnen. Laut dem tschechischen Umweltminister könnte die Lage ähnlich schlimm werden wie 1997 oder beim Jahrhunderthochwasser 2002. Vorsorglich wurden schon mal Stauseen abgelassen. Das sorgt auch in Deutschland für steigende Pegelstände in Oder und Elbe. In Dresden laufen daher die Abrissarbeiten der teilweise eingestürzten Carola Brücke unter Zeitdruck. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat einem weiteren TV-Duell eine Absage erteilt. Das hat er auf seiner Online-Plattform Truth Social mitgeteilt. Trump und die demokratische Kandidatin Kamala Harris standen sich unter der Woche zum ersten Mal in einem TV-Duell gegenüber. Umfragen sahen danach Harris vorne. Ihr Wahlkampfteam forderte gleich nach dem TV-Duell eine weitere Debatte. Seit Wochen schon bittet die Ukraine ihre westlichen Unterstützer, allen voran die USA, um eine vollständige Einsatzfreigabe für weitreichende Waffen. Bislang ist es den ukrainischen Streitkräften nicht erlaubt, mit westlichen Langstreckenwaffen auf russisches Territorium zu schießen. Am Mittwoch reisten dann die Außenminister der USA und Großbritanniens Antony Blinken und David Lemmy nach Kiew. Und im Verlauf des Besuchs kündigte Blinken dann an, die US-Regierung wolle noch diese Woche über die seit Monaten geforderte Freigabe beraten. Wie bedeutsam das für den weiteren Kriegsverlauf sein könnte und warum das gerade jetzt passiert, weiß mein Kollege Pavel Lokschin. Hi Pavel. Hallo Imkem. Hol uns vielleicht zu Beginn nochmal ab. Was sind denn die bislang geltenden Regeln für die ukrainischen Streitkräfte, wenn es um Angriffe auf russisches Territorium geht? Also die Rede ist jetzt von Regeln, die westliche Regierungen, die Waffen geliefert haben, an die Ukraine aufstellen. Und die Rede ist vom völkerrechtlich unbedenklich russischen Gebiet. Das heißt, mit westlichen Waffen wie HIMARS oder ATTACKEMS können die Ukraine schon länger zum Beispiel Ziele in den besetzten Gebieten angreifen oder auf der besetzten Krim, weil das aus der Sicht der westlichen Partner natürlich nicht russisches Gebiet ist, sondern besetztes ukrainisches Gebiet. Was bisher nicht ging, ist mit diesen Waffen mit größerer Reichweite Ziele tief im völkerrechtlich russischen Territorium anzugreifen. Also entlang der Ostgrenze der Ukrainer. Und welchen Sinn hat diese Regulierung von den westlichen Partnern? Naja, ich glaube, da spielte die Angst vor einer Eskalation Russlands mit dem Westen vielleicht auch eine Rolle. Ich denke, das hat sich verändert nach der Kursk-Offensive der Ukrainer, die gezeigt hat, dass die Russen nicht eskalieren, selbst wenn Ukrainer zweifelsfrei russisches Gebiet angreifen und besetzen. Ich denke, das hat eine Rolle gespielt. Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, jetzt fordert Kiew ja schon seit Monaten eine solche Freigabe für weitreichende Waffen, um tiefer ins russische Gebiet angreifen zu können. Und jetzt gehst du seit Blinkens Besuch davon aus, dass diese Freigabe kommen könnte. Warum ist das so? Ja, das mehren sich die Anzeichen. Quellen in der britischen Regierung werden zitiert von einigen Zeitungen. Die Niederländer sagen ganz offen, für die Waffen, die wir geliefert haben, also zum Beispiel F-16, gelten keine Einschränken. Also der Trend ist, glaube ich, klar. Und mit dem Besuch der beiden westlichen Außenminister jetzt gestern scheint sich da wirklich was verschoben zu haben. Und wie entscheidend wäre eine solche Freigabe jetzt für die Ukraine für den weiteren Kriegsverlauf deiner Meinung nach? Also wir dürfen uns jetzt keine Illusionen machen, dass die Ukraine jetzt dadurch den Krieg gewinnen oder so. Aber für die Russen wird es komplizierter. Wenn diese Waffen tatsächlich eingesetzt werden dürfen, können die Ukraine Ziele im gesamten westlichen Teil des europäischen Russlands treffen. Also Militärstützpunkte, Flugplätze, Rüstungsbetriebe, grob gesagt bis knapp vor Moskau. Und die Rüstungsbetriebe sind in Russland genauso wie in der Ukraine zwar stark übers Land verteilt, aber auch viel in und um die Hauptstadt herum konzentriert. Da gibt es ein paar Zweifel daran, ob die Ukraine es mit diesen Waffen schaffen, die russischen Bomber aus ihrem Luftraum zu vertreiben, die ja diese verheerenden schweren Gleitbomben eingesetzt. Weil, wie es aussieht, die Russen den größten Teil der Flugzeuge nach US-Geheimdienstinformationen bis zu 90 Prozent der Flugzeuge schon zurückgezogen haben, außerhalb der Reichweite von Attack-Camps. Aber nichtsdestotrotz, was Logistik und Stützpunkte in der Nähe der Grenze anbetrifft, müssten die Russen sie zurückziehen. Weil es ist so, man kann nicht jeden Stützpunkt, nicht jede Waffenfabrik gleich schützen. Die Russen haben da ein ähnliches Problem wie die Ukrainer. Sie können nicht überall eine Luftabwehrbatterie hinstellen. Da sind die Ressourcen auch begrenzt. Und es ist ja auch so, die Ukrainer müssen ja nicht alles gleich angreifen. Allein die Tatsache, dass die Russen wissen, dass die Ukrainer es können, wird dazu führen, dass die Russen sich weiter von der Grenze zurückziehen. Dann habe ich zum Abschluss noch eine übergeordnete Frage. Der Krieg ist ja jetzt bereits in seinem dritten Herbst und gerade erst gestern hat Russland den Start einer Gegenoffensive bei Kursk verkündet. Wie sieht es da momentan aus? Ist die Frontlinie so ein bisschen festgefahren oder was sind die Entwicklungen aktuell? Naja, bisher war es so, dass die Ukrainer im Gebiet Kursk langsam vorpreschen konnten. Zunächst schnell und dann natürlich viel, viel, viel langsamer, als die Russen dann ihre Kräfte dorthin verschoben haben. Jetzt sieht es so aus, als würden die Russen die Ukraine langsam zurückdrängen und gleichzeitig in der Ostukraine stärker vorpreschen. Also ja, es ist nicht so, dass sich da nichts verschiebt. Und wie es aussieht, leider nicht zugunsten der Ukrainer. Das war Pavel Lokschin. Ich danke dir, lieber Pavel. Ich danke dir. Und damit war es das dann heute auch von mir. Ich habe nur noch eine Frage zum Schluss an Sie. Mich würde nämlich interessieren, ob bei Ihnen gestern der Alarm zum bundesweiten Warntag funktioniert hat. Stimmen Sie dazu doch gerne bei Spotify ab und nächste Woche gibt es dann die Ergebnisse. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon mal einen guten Start ins Wochenende. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr und die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.